Musik Hi Leute, ich bin heute in Würzburg und ich habe ein paar Fragen an die Würzburger zum Thema Musik in Franken und ich hoffe, dass sie mir helfen können. Musik Hi, habt ihr keine Zeit? Hallo, haben sie kurz Zeit? Schade. Hallo, haben sie kurz Zeit? Hi, schade. Hi, nicht? Dürfen wir nicht filmen? Habt ihr kurz Zeit? Schade. Haben sie fünf Minuten für mich? Schauen wir mal. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Musik, vor allem Musik in Franken. Ich frage entweder oder Fragen und sie antworten einfach so schnell wie möglich, was am besten passt. Pop oder Rock? Rock. 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 Der Rock'n'Roll selbst. Rap oder Schlager? Auf jeden Fall Rap. Schlager. Rap. Rap. Nina Hagen oder Nena? Nina Hagen. Nina Hagen. Also Nena auf keinen Fall. 187 Straßenbahnhof oder 257 Haus? 187 Straßenbahnhof. Kann ich nichts dazu sagen. 187, ja. Beatles oder BG's? BG's. Beatles. Das sagt mir beides gar nichts. Okay. Beatles. Spice Girls oder Backstreet Boys? Spice Girls. Spice Girls? Ähm, Spice Girls. Was fällt dir ein zu Franken? Keine gute Musik auf jeden Fall. Keine Ahnung. Bayern. Toll. Es gibt kein besseres Örtchen, Ländchen, Fleckchen, wo man leben will. Silvana. Wein. 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 Letztes Konzert? Mein eigenes. Rammstein. Okay. Was? Das letzte Konzert? Konzert? Ja. Ja, ich komme nicht. Konzert. Ich meine, schau mal. Ich Konzert, schau mal. Oh, das ist lang her. Das war Udo Jürgens noch. Ich war so noch geil. Nö, ich war noch nicht auf einem Konzert. Das war Klassik. Also, ja. Kannst du singen? Nein. Willst du singen? Nein. 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 Wollen sie singen? Nein. Jein. Sing mal. Lieber nicht. Nein. Willst du singen? Oh mein Gott. Ja. Aber nicht jetzt. Nein. Naja, wir singen. Laut aber nicht schön. Ob wir es können, ist eine andere Frage. Nein. Kennst du eine Band aus Würzburg? Ich habe mal in einem Musikvideo mitgespielt von einer Band aus Würzburg von Devil May Care. Und ich kenne, kenne ich noch mehr Bands. Hier, Matze Wolf, Widersacher aller Liedermacher. Ich... Momentan nicht, nee. Okay. Nein. Glaub nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Äh, ich kann es immer mal durchgehen. Kennst du Goodbye Luna? Nee. Kennst du Schubsen? Nein. Kennst du Goodbye Luna? Nee. Kennst du Like Lovers? Nee. Kennst du Mafai? Nee. Kennst du Kilian Moritz? Nee. Sind wir fertig? Ja. Sag du's mir. Denk schon. Alles klar. Super, danke.